Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Krypto. Wir werden damit herzlich willkommen zur neuen Altcoin-Analyse und damit herzlich willkommen zu den Kracher-News, beziehungsweise wir haben ja die 12.000 beim Bitcoin geknackt. Wir werden jetzt gleich nochmal ausnahmsweise mal so einen kleinen Insight in die Telegram-Gruppe geben. Da habe ich heute Morgen mal ein kleines Ratespiel als Update gebracht und ihr in der Telegram-Gruppe könnt ja mal jetzt schauen. Auf was ihr getippt habt und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und heute geht es aber per se nicht um den Bitcoin, sondern die Telegram-Community hat abgestimmt, was heute hier gezeigt wird. Und das ist zum einen Cardano, also ADA. Wir haben XRP von Ripple und wir haben Ethereum im Angebot, also ETH. Also, wenn dich das interessiert und das sollte es auf jeden Fall. Es wird spannend. Alle Infos in diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Ja, schön, dass du auch bei diesen tropischen Temperaturen wieder eingeschaltet hast. Wir haben ja, also zumindest bei uns hier, haben wir 19 Grad gemessen. Als ich heute aus dem Büro kam, habe ich gedacht, mich trifft fast der Schlag, aber gestern auch schon. Ja, aber auch hier, du siehst es schon im Hintergrund, sieht es schon für den Gesamtmarkt deutlich besser aus als noch am Dienstag. Ich kann dir auf jeden Fall das Dienstag-Video empfehlen. Schau doch einfach mal auf meinem Kanal nach oder warte bis zum Schluss, da werde ich das Ganze nochmal verlinken. Und ich habe es ja schon erwähnt, dieses komplette Format gebe ich nicht vor, sondern was hier gezeigt wird, kommt aus der Community. Wie immer hier eine kleine Info-Einblendung und den Link zur Telegram-Community unten in der Videobeschreibung. Und selbstverständlich auch als angepinnter Kommentar. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass selbst der Wendler Telegram nutzt. Also, wenn es schon ein Schlagerstar macht, dann sollte das doch wohl jeder von uns. Naja, egal, machen wir mal weiter. So, wie gesagt, Telegram-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Das Voting kann ich dir jetzt hier nochmal einblenden. Das startet normalerweise jeden Montag, manchmal, wenn ich verschusselt bin, dann auch am Dienstag. Und dort kannst du dann für das Video heute eben abstimmen. Es sind immer 5 zur Auswahl und man kann in den Chat einen Underdog schreiben. Hat im Prinzip nur eine Person gemacht diesmal. Und ja, was soll ich sagen, es ist dann Cardano geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sind einfach mittlerweile oder haben eine sehr, sehr gute Abdeckung, was die Interessen angeht. Overall, man sieht es ja an den Ergebnissen, dass wir da relativ ausgeglichen sind. Aber wie gesagt, dieses Mal haben wir eben unser Dreierpaket jetzt mit Ethereum XRP und dem Underdog ADA. So, das Bildchen kennt ihr ja noch. Auch von heute Morgen aus der Telegram-Gruppe. Und wir hatten hier, beziehungsweise ganz korrekt, glaube ich, war es ungefähr so eingezeichnet heute Morgen. Pi mal Daumen. Hier hätte sich eine Head & Shoulders-Formation erbilden können. Auch wieder ein guter Beweis. Also dafür, dass Formationen aufgehen können, aber nicht müssen. Und genau, also wer hier auf die Eins getippt hat, hat auf jeden Fall in diesem Fall richtig gelegen. Und wir sehen hier auch ganz schön das, was ich ja immer sage. Wir rechnen hier mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn du irgendwo eine Informationsquelle sagst, die dir bei so einer Formation sagt, hundertprozentig, es muss hier runtergehen, dann solltest du dir überlegen, ob das für dich eine vertrauenswürdige Quelle ist. Denn diese Optionen standen immer zur Wahl. Und du siehst hier, ich hätte jetzt auch eher vielleicht hier auf die zwei erstmal getippt. Aber es ist tatsächlich aktuell in diesem Tagesverlauf die Eins geworden. Wir wollen aber jetzt natürlich die ganze Aufmerksamkeit Richtung Altcoins lenken. Und wir fangen an mit XRP. Ich habe diesmal bewusst diesen Ausschnitt hier gewählt, damit man einfach mal sieht, aktuell auf dem Ranking, wir switchen nochmal ganz kurz um, du siehst es hier auf Platz 4. Gut, das Flippening geschieht hier relativ regelmäßig, wobei mittlerweile hat Tether hier schon ordentlich zugelegt. Sagen wir einfach mal XRP auf Platz 4. Und, aber immerhin, so sieht eine Kryptowährung aus, die auf Platz 4 nach dem Ranking steht, wenn man es nach der Marktkapitalisierung sortiert. Nur so viel dazu. So, dann switchen wir doch einfach mal direkt in den 4-Stunden-Chart. Und da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also, positiv gesagt, wir haben es eben gesehen, viel tiefer kann XRP nicht mehr sinken. Weil, also klar, auf Null immer. Aber in der Regel sind wir hier schon eigentlich im unterkauften Bereich und zum All-Time-High haben wir so 80-90% Minus bei diesem Produkt. Und ich nenne es einfach mal Produkt, weil tatsächlich mehr Wirtschaftszusammenwachs haben, gibt es wahrscheinlich bei keinem anderen Coin. Außer eben bei den staatlichen Kryptowährungen, die ja jetzt momentan heiß im Kurs sind. So, was haben wir denn hier? Also, hier hatten wir unseren Anstieg. Wir hatten unseren parabolischen Anstieg. Wie gesagt, was ähnliches hatte ich ja auch am Dienstag schon gesagt. Eventuell könnte uns sowas hier nochmal bevorstehen. Mal schauen. Dazu aber, wie gesagt, dann nächsten Dienstag mehr. Einfach ein kostenloses Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan hast. Und schon kriegst du dieses Video dann in dein Newsfeed, beziehungsweise einfach nochmal die Glocke aktivieren. Dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt. Also, auch hier könnten wir, nee, also noch nicht mal mit Liebe wäre das hier irgendwie ein Reverse Head & Shoulder, was wir hier einzeichnen könnten. Das heißt, also ganz kurz, über was reden wir hier quasi? Hier und dann das hier. Aber nope, würde ich jetzt hier nicht machen. Was wir jetzt hier einfach nochmal sehen, ist schlicht und ergreifend. Wir haben hier einen 4-Stunden-Chart, wir können es eigentlich ein bisschen größer machen. Wir hatten hier danach unseren Abverkauf und, ja, Formation, glaube ich, machen wir hier erstmal gar nicht, sondern, wir haben unsere Formation, da ist es doch, Fibonacci Retracement. Also, wir gehen, wie immer, vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt, beziehungsweise zur Trendwende und schauen uns das Ganze einfach mal an. So, jetzt haben wir das, wie tief könnten wir fallen? Wunderbar, haben wir quasi jetzt erledigt. Das heißt, unsere Fibonacci-Linie hat hier gehalten und wir haben, oder der aktuelle Kurs ist jetzt hier noch am steigen. Wie gesagt, alles hängt jetzt so ein bisschen auch noch vom Bitcoin ab. Aktuell sind wir ziemlich bullish, was das Ganze angeht, aber wir haben ja noch so diese, nach der 12.000er Marke, hatten wir ja schon vor ein paar Monaten gesagt, steht nochmal die 14.000 aus. Und nochmal ein paar andere Sachen, das kann ich gerne dann nächsten Dienstag auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was könnte sich jetzt hier allerdings erstmal bilden? Das heißt, wir könnten hier auf einer Höhe, also wir haben einen aktuellen Kurs von 26,19, eigentlich schon fast zwei, aber 26,19 US-Dollar-Cent. Das heißt, wir könnten hier nochmal auf unsere psychologische Hürde von 25 US-Dollar-Cent fallen. Da können wir gerne mal einfach hier einen Support machen, beziehungsweise hier genau 24,945. In diesem Fall, was wir hier haben als Support, aber auch nochmal, wobei das wäre ein ziemlich dünner Widerstand, den wir jetzt hier einzeichnen, in meinen Augen. Das wäre so das nächste Kursziel, was wir hier sehen, das wäre dann die 26,78, mit einer 7,9 aufgerundet, wenn man sich das mal merken möchte. Schlussendlich muss man sagen, der Wochenschluss sollte hier tatsächlich über den 25 US-Dollar-Cent liegen, aus mehreren Gründen. Einmal eben, weil es dann tatsächlich der psychologische Widerstand ist, aber auch dann würden wir hier nochmal einen größeren Drop sehen, Richtung eben diesen 24 US-Dollar-Cent, weil das der nächst tiefere tatsächlich wäre. So, und dann wäre eigentlich auch schon der Weg geebnet, dass wir hier runter gehen. Das heißt, wenn Bitcoin jetzt einen größeren Abverkauf hätte, dann auf jeden Fall mal, wie gesagt, diese Price-Ranges hier im Auge behalten. Bei dem Ganzen, wir könnten jetzt hier nochmal, vielleicht nochmal ins noch kleinere gehen, also wir können auch gerne nochmal in die halbe Stunde reingehen. Aber da siehst du, da gewinnen wir auch eigentlich nicht viel, außer dass wir jetzt hier im Kleinen das Gleiche nochmal im Grün machen könnten. Das heißt, wenn wir das jetzt hier als Top ansehen würden, auch da siehst du, dass unsere Fibonacci-Linie hier bei 24,9 recht gut gesetzt ist. Also auch hier könnten wir sagen, wir sind hier beim Widerstand angekommen, spätestens hier oben. Dann haben wir das auch, wenn wir sagen, ja gut, das Ding wird noch weiter steigen, der Kurs, und wir kommen tatsächlich hier ran, dann siehst du, dass sich das Ganze so ein bisschen verschiebt. Aber auch da würde ich erstmal sagen, könnten wir hier bei 25,2 roundabout, gibt sich nicht viel, merkt ihr einfach, der nächste Support wäre bei 25, beim aktuellen Kurs. Es ist ja immer, du siehst es hier auch schon die ganze Zeit, seit September immer so ein Spiel um diese Marke herum. Das heißt, erstmal muss die halten, damit wir tatsächlich sehen, wo diese Konsolidierung ein Ende hat nach diesem Drop, den wir hier Anfang September hatten. Deswegen eigentlich nicht so spannend, was bei XRP passiert aktuell. Wie gesagt, News waren noch nie so der große Ausschlag oder Preistreiber, außer eben 2017. Deswegen wird es hier vielleicht eher erstmal eine Seitwärtsbewegung geben, mit dem Test nochmal mit den 25, je nachdem, wie sich denn Bitcoin entwickelt. Also eigentlich nicht so spannend, gerade so nach diesem Pump, außer dass man sagen muss, irgendwann wird auch hier wie beim Bitcoin eine Korrektur kommen. Lieber früher als später, wie immer, ihr wisst es ja, damit wir da eben nicht so hoch, ja, diese kinetische Energie, wir sind ja nicht in der Physik, aber damit eben die Fallhöhe nicht so hoch ist. So, wir sind hier bei ADA. Hier hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, dass wir hier so einen aufsteigenden, so einen Wimpel, so einen Wedge haben. Und wir sind hier auch noch sehr gut drin. Du siehst, unser Support hat hier wunderbar gehalten und wir sind hier immer noch drin. Es ist immer noch nicht positiv, das Ganze. Eigentlich, kannst du dir das Video vom letzten Mal auch angucken, hat sich eigentlich nichts geändert. Denn hier könnte man immer noch sagen, dass wir hier erstmal hochgehen und dann vielleicht nochmal raustreten. So, das ist so das Typische, was man eben aus dieser Formation erwarten würde. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Bitcoin hat ja mittlerweile den ganzen Markt nach oben gezogen durch seinen großen Pump. Aber im Grunde genommen ist das erstmal hier, ja, gehabt. Also so wie wir es auch hatten, der aktuelle Kurs, du siehst es hier hinten, kommt jetzt so langsam gegen einen kleineren Widerstand. Aber wie gesagt, das übergeordnete Bild ist immer noch da. Hat sich noch nichts an der Lage geändert. Wir haben hier keine Entscheidung, weder bullisch noch bärisch. Das heißt, wir sind nicht hier irgendwie ausgebrochen, noch sind wir hier dann irgendwie runtergekracht. Auch das können wir eigentlich so stehen lassen. Wir schauen uns einfach mal an, quasi so. Wir schauen jede Woche einfach mal rein und schauen, ob sich ADA endlich mal entschließen kann, irgendeine Richtung einzugehen. Denn das große Gruppenziel für uns oder beziehungsweise für diese Kryptowährung ist dann tatsächlich hier der Kurs. Den können wir vielleicht dann auch nochmal ein bisschen hervorheben, um ein bisschen was Neues mit reinzubringen. Wäre dann die 14, beziehungsweise die 15 US-Dollar-Cent. Machen wir es einfach mal glatt. Das ist so das große Ziel, um zu sagen, dass ADA endlich mal wieder einen Bullrun hinlegen kann. Bis jetzt müssen wir uns damit begnügen, dass wir quasi unser Minus vom August sogar noch oder Ende Juli, Anfang August wieder wettmachen. Ähnlich wie es eben dann eben bei XRP ist. Ethereum. Einer meiner liebsten Projekte tatsächlich. Und hier siehst du, oder dazu kommen wir gleich, wir haben ja hier eine Red Zone. Dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen eingehen. Denn du hast ja auch beim Bitcoin gesehen, auch da sind wir durch. Aber hier möchte ich es gerne nochmal erklären. Was ich eigentlich schon immer sage, aber wir haben es ja jetzt hier. Da können wir tatsächlich mal am lebenden Objekt uns anschauen, wie das Ganze denn eben vonstatten geht. Und was wir hier haben. Wir haben ja hier oben unser großes Ziel, was wir vor Augen haben. Beziehungsweise hier oben können wir gerne auch nochmal, das ist verkehrt, hier oben. So, zapp. Und unsere nächste Red Zone einfach mal mit einzeichnen. Denn selbst wenn die Bullen komplett durchdrehen und hier Ethereum nochmal hochprügeln über die 400er Marke, ist spätestens hier meines Erachtens Schluss. Und jetzt kommen wir zu der aktuellen Red Zone. Das hatte ich ja auch hier unten gesagt. Falls wir hier drüber steigen sollten und man hier quasi nicht long term irgendwie das Ganze halten möchte über mehrere Jahre, sollte man sich sehr, sehr mit diesem Kurs befassen. Denn einfach mal ganz grob erklärt, was ich immer so sehe, ist, wenn ein Kurs nach oben geht, also mehr als 90 Grad nach oben geht einfach nicht. Und wie das hier aussieht, siehst du ja auch. Also, oder wir könnten vielleicht nochmal den XRP Kurs uns angucken oder den Bitcoin Kurs Ende 2017, was danach passiert ist und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnt ihr vielleicht nochmal in unsere Red Zone, die können wir auch gerne jetzt mal, weil wir es ja können, zu einer Green Zone umwandeln. Zack und selbstverständlich hier die Widerstandslinien auch als Supports wieder einzeichnen, wobei die jetzt aus meinen Augen nicht so hochgewichtet sind, eben wie in die Red Zone vorher und dieser Pump einfach unglaublich ist. Man kann jetzt zum Beispiel beim Bitcoin oder vom ganzen Markt jetzt sprechen, dass jetzt zum Beispiel diese PayPal-Geschichte rauskam, dass PayPal auch Kryptowährungen anbietet, unter anderem eben Bitcoin, Bitcoin Cash Ethereum. Ich glaube kein XRP, dafür aber Litecoin. Ich kann euch da eigentlich nur hier einen Bitcoin-Kurier empfehlen. Das habe ich nämlich auch schon in den Tagesnews gemacht. Heute machen wir irgendwie ziemlich viele Insights von der Telegram-Gruppe, aber das war auch bei den Tagesnews jetzt da. Der Robert hat hier einen Artikel verfasst, also einen Folgeartikel zum gestrigen und warum das Fluch und Segen zugleich ist. Ihr habt hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung, unter anderem zum Beispiel, ihr habt nicht den eigenen, aber das ist ja meistens so den eigenen Private Key dazu, aber andere Restriktionen. Und da muss man sagen, das ist ein ziemlicher, ziemlicher Dämpfer. Also lest es euch durch, lest euch am besten den ganzen Artikel durch. Ich kann euch das nur empfehlen, auch auf Bitcoin-Kurier einfach mal zu surfen. Und ja, lest es euch durch und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin, dass das PayPal mit diesen Eigenschaften von ihrer Kryptoeinführung zufrieden ist, beziehungsweise das Ganze durchziehen möchte. Aber es ist wahrscheinlich, ich habe mich schon gefragt, so schnell auf den amerikanischen Markt ohne größere Hürden oder weitere News. Naja, also jetzt haben wir die Antwort, warum das so schnell ging, weil man im Prinzip Kryptowährungen Lite hat. So, auch hier nicht viel Spannendes. Wir haben unseren harten Pump, den wir jetzt hier hingelegt haben. Wir haben im Prinzip unseren aktuellen Kurs, der nächste Widerstand, an dem wir uns hier messen könnten. Beziehungsweise so, zack, 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 zack. Zum einen hätten wir hier diesen Kurs, den machen wir aber, wir machen mit dünn, zack. Und wir haben, zapp, 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 hier diesen Kurs. Also, die schöne 400er Marke sollte der, aus meiner Sicht aus, der Wochenschluss sein, beziehungsweise über 400. Das war schon immer so der Knackpunkt und es sah ja in den letzten Wochen nicht so toll aus für Ethereum, beziehungsweise wenn wir tatsächlich größer abgesackt wären. Und du siehst es hier noch an den Supports unten, wäre der Abstieg richtig, richtig heftig gewesen für Ethereum. Bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal, wie es dazu kommt. Weil es ja jetzt schon wieder die Meldung gibt, dass Bitcoin bis Ende des Jahres vielleicht 100.000 erreicht. Manche eher konservativ bei 20.000, wobei wir dann schon das All-Time-High aus 2017 gerissen hätten. Was ein nächstes bullisches Signal ist und beim All-Time-High kommen ja alle die Hodler raus, die vielleicht die Nase voll haben, aber einen Break-Even-Point haben wollten und dann vielleicht nochmal den Verkaufdruck haben und dann abverkaufen. Sehr spannende Zeit, wann die Leute dort aussteigen und ihre Profite oder eben ihr Negativ, was sie ausgeglichen haben, wieder auscashen. Aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen, wie immer, ein kostenloses Abo dalassen. Vielleicht sprechen wir in ein paar Monaten darüber, dass wir vielleicht sogar die 30.000 geknackt haben. Und dann wundere ich mich sehr. So, dieser Pump, den würde ich tatsächlich erstmal abwarten. Hier braucht man auch nichts irgendwie rauslesen. Wir sind jetzt hier auch in der 4-Stunden-Kerze. Wir können auch gerne nochmal in die 1-Stunden-Kerze hier mit reingehen. Und auch hier siehst du viel zu kurz die Formation, was man jetzt hier erkennen könnte. Also klar, man kann jetzt hier das Ganze irgendwie komplett aufziehen und ein bisschen größer machen. Und so, zack, zack. Gut, das ist noch aus dem Spielchen von heute Morgen. Das können wir gerne nochmal weiß machen zur Erklärung. So, zack, zack, zack. Könnte ein aufsteigendes Dreieck sein. Wir könnten aber auch schon eigentlich am Ende dieses Dreiecks uns befinden, dass wir sagen, das ist eigentlich die Trendlinie. Und dann einfach, was ich immer so gerne mache, so zack. Und zack. Ja, komm. Also, das noch ein bisschen vor. Ja, ist okay. Also, 22. oder 23. Also heute noch, wie spannend, bei einer 1-Stunden-Kerze, sollten wir eigentlich hier was haben. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Hier mit den paar Dingern. Hier müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen runtergehen. Nach dem Pump müssen wir einfach mal schauen. 433, die obere Grenze, 400 oder eben 391, 390 zu merken. Wäre hier unten. Und wie gesagt, hier die Formation einfach mal nur, wie ich sowas immer angehe. Aber danach würde ich aktuell nicht gehen. Wie gesagt, der harte Pump. Da halte ich mich dann erstmal raus und warte auf eine Korrektur oder auf ein endgültiges Ergebnis. Weil irgendwann mal wird hier auch der Deckel zu sein. Duk, 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 duk. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt und vor allen Dingen auch informiert. Wenn ja, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Schreib vielleicht in die Kommentare, wo du dein Projekt am Ende des Jahres siehst. Muss ja nicht Bitcoin sein. Wir sind ja hier bei der Altcoin-Analyse. Also Ethereum, ADA, Cardano, Polkadot, IOTA, was du auch gerne möchtest. Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und wir würden dich gerne bei uns in der Telegram-Gruppe begrüßen. Wie gesagt, vollkommen kostenlos und für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Und wir sehen uns spätestens am Dienstag wieder, da bin ich mir sicher, bei der Bitcoin-Chart-Analyse. Mach's gut!